Willkommen zurück, meine edlen Glücksritter und Burgvollein. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu Toad War Medieval 2. Ja, unsere haarsträubende Niederlage im Orient, in Jerusalem. Führen, selbstverständlich... Ja, wir müssen reagieren. Nein. Wir müssen reagieren. Gehen wir sie. Und selbstverständlich... Überlasse ich ihnen nichts. 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 Ich lasse ihnen ein zerstörtes Jerusalem. Nach dieser haarsträubenden Niederlage. Gut. Das ist kein Problem. Wir bereiten uns Gaser vor. Wir haben ein paar Gulden dadurch gemacht. Aber reicht das? Das ist die große Frage. Was ist das Ziel des Reiches? Wichtig, dieser Erfolg, ja. Für ihn, um auch wieder zum genialen Attentäter zu werden. Ja, bin unterwegs. Ja, mein Kaiser. Weg her. Ihr habt mir nichts zu befehlen. Ja, Kaiser. Ich verschaffe mir einen besseren Überblick, Kaiser. Jawohl, Kaiser. Für heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Kaiser. Kaiser! Soll ich diesen Angriff durchführen? Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Wird es Zeit, die Mauern zu stürmen, Kaiser? Wir müssen irgendwie diese Mauern erobern. Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Aber ich brauche Toulouse. Nach unserer Niederlage bin ich regelrecht verpflichtet dazu, den Anführer anzugreifen. Ich muss, ich muss dem Volk zeigen, dass wir nach dieser Niederlage da sind. Geistig. Mental. Wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Es ist eine Niederlage und die gehört dazu. Jetzt müssen wir wieder zurückschlagen. Die Schlacht wendet sich zugunsten des Reichs! Eure Belagerungsgeräte werden automatisch einer eurer Infanterieeinheiten zugewiesen. Diese Einheiten werden mit einem Symbol an ihrer Einheitenkarte markiert, das das entsprechende Belagerungsgerät darstellt. Wenn die Männer das Belagerungsgerät ablegen sollen, klickt auf Belagerungsausrüstung ablegen. Um die Geräte von einer anderen Einheit aufnehmen zu lassen, wählt die Einheit und klickt mit rechts auf das Belagerungsgerät, wenn der Auszeiger eine Hand dasteht. Klickt mit links auf den Zeigen-Button, um eure Ziele anzeigen zu lassen und euch den Einsatz von Ramböcken, Leitern und Türmen erklären zu lassen. Ein Tor! Dort gäbe es noch ein Tor. Ja, das ist ja schon eine dramatische Situation, muss ich sagen. Bewegung! Stoppt! Stoppt! Ihr haltet ein. Macht euch bereit. Dieses Tor können wir einnehmen und dann können wir vordringen. Wir können versuchen, direkt den General zu fordern. Der erste Turm brennt. Toulouse konnte uns schon mal zurückschlagen. Wir erinnern uns, es war eine unangenehme Niederlage, eine unangenehme Erfahrung, die wir machen mussten. Aber dieses Mal haben wir sie länger belagert. Dieses Mal haben wir sie länger unter Druck gesetzt. Unsere Belagerungstürme haben die Mauern erreicht. Für das Reich! Dieses Mal haben sie nur einen Turm bekommen. Sehr gut. Nun müsst ihr Tempo aufnehmen. Jetzt sind unsere Belagerungstürme an der Mauer. Wir werden sie erobern. Ich bin etwas angespannt, muss ich gestehen, nach dem letzten äußersten folglosen Kampf. Aber Toulouse muss jetzt erobert werden. Das steht außer Frage. Sehr gut. Und los. Diese Mauern gehören jetzt dem Reich! Und jetzt Gas. Jetzt Vollgas. Ah, sie sind hier... Okay, sie sind hier gescheitert. Ja. Versuch diesen Einheit zur Hilfe zu eilen. Geh entlang. Geh entlang. Lauft! Nutzt einmal diese Nutztiere, auf denen ihr... Ach, sie sind so unfähig. Ja, geht langsam, trabt ein wenig. Macht noch Urlaub in der Lombardei. Meine Güte. Wirklich, unsere Kavallerie ist ein Pack voller Idioten. Sie schon gegen die Mongolen bewiesen. Holst sie euch gemeinsam. Steht nicht drum rum. Wollt ihr euch anfeuern? Also bei der Kampfmoral manche unserer Einheiten. Wirklich. Ja, genau. Und das ist das Problem. Das wollte ich vermeiden. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark. Und der Feind wird besiegt werden. Seit wann sind denn diese Einheiten dazu? Die Willkür. Das ist das Problem. Ja, genau. Kommt, das Tor ist offen, das Tor ist offen. Macht es wie die Mongolen. So muss das sein. Und jetzt überfällt den Anführer der Franzosen. Wie ist die Lage dort hinten auf den Mauern? Können sich unsere Sargents beweisen? Dort sind einige feudale Ritter, aber entscheidend ist er. Wieso haben unsere Kavallaristen so unglaubliche Probleme mit Leibwachen? Der feindliche König ist tot. Greift an, solange seine Männer verwirrt sind. König Thibaut, der Geizige, ist letztlich gefallen. Die Moral seiner feudal Ritter schwankt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Armee zusammenbricht. Dennoch hält ihre Leibwache dagegen. Unsere Sargents... Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Jetzt müssten sie doch einbrechen. Die letzten feudal Ritter von... Sehr gut. Unsere Männer haben die Kontrolle über die Burg erlangt. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Gut. Diese Stadtmilizen dort oben müssen fliehen, aber das ist kein Problem. Nicht aufhören. Nicht aufhören zu kämpfen. Lasst jetzt nicht nach. Verliert keine Einheiten. Unnötig. Red'r und einen Leibwache. Musik Das können wir richtig beschleunigen. Sie haben keine Belage... Ja, sie können unseren Rambock stehlen. Eine wichtige... Keine schöne, aber eine wichtige Niederung. Äh, ein wichtiger Sieg. Hier in Toulouse. Das Reich ist siegreich. Gott ist auf unserer Seite, Kaiser. Wir haben gesiegt. Schön, dass Gott sich wieder mal Zeit für uns nimmt. Er hat sich... Er hat lange auf sich warten lassen. Wenn ich diese Kritik mal offen und ehrlich äußern darf. Baut sofort ein Tjost-Register auf der Stelle. Er hat lange auf sich warten lassen. Aber wir haben Kavallerie. Formiert euch Männer und zerquetscht die Feinde des Kaisers. Damit wird der Erbe zum neuen König von Frankreich. Und sitzt in Rennen. Ja, doch, das ist sehr gut so. Das ist sehr gut so. Frankreich haben wir fast von dieser verfluchten Erde gefegt. Und abdrehen. Ah! Hä? Ah! Hä? Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling. Vorwärts und zermalmt den Feigling. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Hier hin, hier hin. Seht, wie unser Feigerfeind rennt. Zeigt, den Angriff voranzutreiben. Hinterher. Sehr gut. Ich dulde keine Rebellenarmeen auf meinem Grund. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Ja, wir müssen uns jetzt wieder beweisen. Wir müssen uns ein wenig wieder beweisen. Nach dieser nach dieser heftigen Niederlage gegen die Mongolen. Da müssen wir ein ein bisschen näher zeigen. Lass uns dafür sorgen, dass die Armee in 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 Toulouse sich schneller befehle, Kaiser. Er wird morgen ein toter Mann sein. Was ist das Ziel des Reiches? Tod oder Zerstörung, Kaiser? Ein bisschen die Portugiesen zu ärgern. Das ist das Ziel des Reiches. Wo ist diese Hexe? Was Belagerung nicht vermag. Schnell und leise. Heute verratet mir den Namen des Ziels. Wo ist diese Hexe? Ich bin Diener Gottes. Bin unterwegs. Dann solltet ihr eure Aufgabe hier erfüllen. Und sie beseitigen. Für das Reich. Ja. Ihr macht euch bitte weiter auf den Weg. So, wie sieht die Belagerung hier aus? Wir verlieren keine Einheiten mehr. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Stark geschwächt. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Ich weiß ja nicht, was für Einheiten da sind. kommen und kämpfen. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, was das für Einheiten sind, Hauptmann Sancho. Dennoch könnten wir das Risiko theoretisch natürlich eingehen. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Geht. Das dürfte das... Ist es das erste Aufeinandertreffen zwischen uns und Portugal? Na, das sollte schnell gehen. Wenn die spanischen Ritter ihre Pavese Armbrustschützen nicht verteidigen, dann werden wir sowieso auf einen Schlag über sie herrennen. Die lockere Formation sollte größere Verluste vermeiden. Kleine Verluste können wir selbstverständlich problemlos kompensieren. Und los. Sehr schön. Das ist Fernkampfkavallerie. Das ist Fernkampfkavallerie. Nicht gehen. Nicht gehen. Tempo. Schnelle Pferde. Schnelle Pferde sorgen für schnelle Siege. Und daher. Alle. Zwingt die spanischen Ritter in den Nahkampf. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Es war nur eine kurze Begrüßung der Portugiesen, damit sie sich sehr wohl im Klaren sind, das. Nehmt sie zurück, wenn ihr wollt. Sie sollten sich im Klaren sein, mit wem sie sich hier anlegen. Sie sollten sich im Klaren sein, mit welchen Mächten sie hier spielen. Und selbstverständlich werde ich dafür sorgen, dass sie das und da keinen, keinen möglichen Umständen vergessen. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Vorwärts! Ja! Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Marsch hier! Verbinden die Truppen! Meine Güte! Da muss ich glatt aufpassen, dass mich nicht bald ein Infekt packt. Unsere Feinde können es ja offensichtlich nicht. Sehr schön. Hier sieht also alles sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr zufriedenstellend. Ja, mein Kaiser. Jawohl! Nähern uns den Feinden des Reiches. Gut. Das sind einige Rebellen, die ich beseitigen möchte. möglichst schnell. Die Verluste sind zur Not nicht so haarsträum. Wir werden die Einheiten dann nach Zagreb zurückschicken. Wir müssen sie auch gar nicht jagen. Wir müssen sie nur beseitigen. Also. Ja, es ist jetzt. Mir ist selbst schon auch bewusst, wie das gerade wirkt. Ich meine, nach dieser heftigen Niederlage gegen die Mongolen jetzt ein Sieg gegen starke, schlechte Franzosen, dann zwei, ähm, zwei Rebellenarmeen, die sehr klein sind, attackieren. Ja, aber nun, wir müssen ja auch irgendwo zeigen, dass wir in Europa Fortschritt machen, wenn wir es schon im Orient nicht... konzentriert euch bitte auf die Bogenschützen. eigentlich hatte ich die Bauernbogen-Schützen als Ziel. Titel, ja, jetzt müsst ihr unten angreifen, sonst... Jetzt. Jetzt fallen die Bauernbogen-Schützen. Sehr gut. Na, wollt ihr euren... Wollt ihr euren Freunden nur zuschauen oder wollt ihr mithelfen? Ja, die Sargent-Sperr-Träger theoretisch stärkere Einheiten als die Sperr-Miliz, vollkommen klar, aber dennoch hier deutlich im Nachteil. So, die Bauernbogen-Schützen überlegen schon zu fliehen? Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Wunderbar. Einfach nur... Einfach nur eher eine... Ja, eine formelle Sache dieser Armee zu beseitigen. Das Reich ist siegreich. Kaiser! Befehle, Kaiser! Befehle, Kaiser! Definitiv nichts weiter Interessantes und auch nichts weiter Schlimmes, um was man sich großartig Sorgen machen muss. So, diese Einheit... Ja, sehr gut. Steuersatz Magdeburg... Steuersatz Magdeburg... Das ist halt... Naja, auch ein bisschen die Notwendigkeit wir benötigen gerade. Dass der Herr für unsere Sünden gestorben ist, denn ihr begeht derer zahlreich. Ja, und auch noch so bereitwillig. Mein byzantinischer Freund. Auch noch so bereitwillig. Bisher hat der Herr mir verziehen. Nur im Orient. Sind wir uns noch nicht ganz einig geworden. Kaiser! Befehle, Kaiser! Das probieren wir. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser! Ja, mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Ha! Die Augen des Reichs. Ich werde alle Geheimnisse für das Reich lösen. Wer ist das? Ratibor von Warschau. Ja. Also... Wie ein Schatten. Jawohl, Kaiser. Unterschätzt haben wir die Polen sicher nicht. Aber manchmal überlege ich, ob nach diesem kurzen Aufkommen wir sie möglicherweise etwas überschätzt haben. Weil klar, sie sind mit großen Armeen angerückt, aber was für einhalten? Waldbewohner? Bauern? Das sind die Einheiten, mit denen sie momentan ihre Kriege führen. Also da muss ich gestehen, nachdem ich den ersten Schock verdaut hatte, bin ich doch jetzt relativ entspannt. Bitte stellt euch auf. und wartet auf unsere Kavallerie. Moment. Ja, wir haben hier gut ausgerüstete Feudalritter und einige berittene Sergeants, die sollten diese Problematik doch gut klären können. Na, die Waldbewohner fliehen. Sie versuchen selbstverständlich ihre Verbündeten zu erreichen. Sehr gut. Sehr gut. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Ohne Verlust die Verstärkung der Polen vernichtet. Dann holen wir uns jetzt die Endsatz-Truppen, die auf dem Blatt erstmal nach viel aussahen, aber letztlich sehr, sehr schwache Einheiten sind. Oh, ich hatte eigentlich irgendwas. Ich finde es interessant, die Polen bewegen sich, aber nicht zu viel. auch, dass sie gerade nicht über die Hügel marschieren. Ja, schaut da drüber. Hier haben wir polnische Edelmänner, ja. Sperrmilizen, hier kommen die Armbrustmilizen, irgendwo schieben sich auch die Katapulte voran. Hier. Also definitiv eine vorteilhafte Partie für uns. Ich denke, davon können wir getrost reden. Gut, wir greifen an. der Provokation ist genüge getan. Mein Gott, ihr seid ja kläglich an der Armbrustschützenmiliz gescheitert. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Unsere Sergeants müssen jetzt natürlich etwas hinhalten, das ist klar. Ah, die Leibwache des Generals. Gefährlich. natürlich marschiert ihr langsam, obwohl ihr schon längst den Laufbefehl bekommen habt, das wäre ja gelacht gewesen. Unsere Kavallerie ergreift die Flucht. Die polnischen Edelmänner ziehen sich zurück und jetzt kommt der Überfall auf die Katapulte, damit haben sie natürlich nicht gerechnet. Oh, das sorgt aber schnell. Das sorgt schnell für Unmut. Sammelt euch. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Ja, diese ganzen kleinen Einzeltruppen. Ja, diese ganzen kleinen Einzeltruppen. So, jetzt müssen unsere Feudalritter zeigen, was sie können. Sie kämpfen gegen deutlich schwächere Einheiten. Sperrmilizen, Waldbewohner, ein paar Söldner-Sperrträger. Ja, und da brechen sie weg. Da brechen die Feinde weg. Wie ist die Lage gegen die Leibwache des Generals? Nicht erwähnenswert. Versuch diese Schlacht erstmal zu gewinnen. Das sind viele. Viele Söldner-Sperrträger, viele normale Sperrträger auch. Jetzt kommen die polnischen Edelmänner auch noch dazu. Ja, und der General hat gewonnen. Ich gestehe ganz offen, ein Sieg wäre ein schönes Nebenprodukt. Wenn wir hier nicht gewinnen, ist es nicht schlimm. Es ging mir auch darum, die polnische Armee deutlich zu reduzieren und das ist uns gelungen. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich mir etwas, etwas mehr erwartet hätte. die Waldbewohner wurden jetzt glaube ich verschluckt. Na dann können wir hier nochmal angreifen. Wer flieht hier? Die Söldner-Sperrträger möchten nicht mehr. Holte ich ein paar von denen? Jetzt fliehen die normalen Söldner-Sperrträger her, dann sollten die anderen Söldner-Sperrträger aber auch schleunigst die Beine in die Hand nehmen. Oh, was macht der General höchst selbst? Da läuft etwas Tempo auf. Es ist gestartet. Ja, jetzt sind sie umzingelt. Jetzt kommt die Leibwache auch nicht mehr weg. Sie wird nochmal raus marschieren und wird dann nochmal zuschlagen wollen. Hier kommen die Söldner-Sperrträger nochmal zurück. Interessant. Oh, jetzt versucht der General die Söldner zu schützen. Spannend. Mein Herr, nur noch die halbe Streitmacht ist übrig. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling. Vorwärts seht, wie unser feiger Feind rennt. Zeigt den Angriff voranzutreiben. Schade. Der feindliche Läuft er jetzt? Nein, der feindliche General schafft es zu fliehen. Jetzt bin ich dennoch gespannt, ob sich daraus eine polnische Amähe geben kann. Ja, es ist definitiv eine unangenehme Niederlage. Weil sie sehr einfach herbeigeführt war durch sehr primitive Mittel, muss ich sagen. Sie wollen. Das ist der Spannende. mein Kaiser, befehle Kaiser, befehle Kaiser, 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 befehle Kaiser. Ja, mein Kaiser. Oh, das, das könnte interessant werden. Diese Einheit kann ja nicht mehr fliehen. Ah, aber sie kriegt keine Unterstützung. Schade. Ich hätte gehofft, dass die Garnison von Vilnius ihnen versucht zur Hilfe zu kommen, aber dann halt nicht. Einheiten marschieren. Einheiten marschieren. Einheiten marschieren. Können. Komisch, dass sie mit ihrem Katapult. Na, jetzt kommt Bewegung. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wenn ich euch leider nicht fortbilden kann, meine Lieben, dann hilft es nichts. Ist die Lage in Durazo? Ja, mein Kaiser. Ja, es ist auch ein bisschen... Es ist auch ein wenig Spahn, muss ich ganz ehrlich sein. Durazo muss eigentlich ausgebaut werden. Gut, wir haben einen stabilen Bevölkerungswachstum. Dann bauen wir auf jeden Fall mal ein Rathaus hier. Sollte gute Dienste... Ach, das wollte ich nicht, das war ein bisschen... Tod oder Zerstörung, Kaiser? Was ist das Ziel des Reiches? Schnell und... Ja, Kaiser, ich bin unterwegs. Genau, ihn möchte ich hier haben. Ja, mein Kaiser. Ja, hier errichten wir eine Klager. Ich möchte mit dieser Armee nachziehen. Für das Reich. Ihr hasst mich, aber ihr könnt mich nicht besiegen. Ich werde euch ehrenhaft besiegen, edler Feind. Für das Reich. Euch zu ehren werden wir angreifen, Kaiser. Mit diesem Sieg ehren wir den Kaiser. Für das Reich. Für den Ruhm des Reiches. Ruhm und Ehre dem Reich. Also ich weiß nicht, was Kaiser Tobro Merus sich dabei gedacht hat. Aber anscheinend hat er nicht damit gerechnet, dass wir anstatt Thessalonika Korinth nun ins Visier nehmen. Und das könnte der fatalste Fehler seines tatsächlich ganzen Lebens sein. Das wird mit ziemlicher Sicherheit ein Verhältnis. Ein fatales Ende für den Anführer des Byzantinischen Reiches nehmen. Selbstverständlich kann er sich dann selbst als Märtyrer inszenieren. Das kann er machen. Er wollte sich vielleicht mit dem anderen Anführer zusammentun. Vielleicht Pläne aus. Ich kann es nicht genau sagen. Oh Gott. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Ihr dürft auch Tempo aufnehmen. Seht wie unser feiger Feind rennt. Ja. Natürlich kann das Byzantinische Reich jetzt ein Teuer ihn zurückkaufen. Die Möglichkeit wird es geben. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Oh, ein schmerzhafter Verlust. Ein schrecklich schmerzhafter Verlust, wenn man... Ich weiß nicht, wohin er reisen wollte. Das ist das Dramatische. Und wir haben sie aufgesplittet. Und nun verliert Byzanz einen Anführer und einen General, weil sie... Ich weiß nicht, was sie in Korinth aus... Ich weiß nicht. Ich kann es schlichtweg nicht sagen. Ich weiß nicht, was sie in Korinth aussehen. Er leitet erste Verluste, vollkommen klar. Jetzt greift er an. Jetzt nimmt er Tempo auf. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen. Hol sie euch. Schwere Verluste. Schwere Verluste, auch moralisch für Byzanz. Allein moralisch eine Katastrophe. Anders kann man es, denke ich, nicht betiteln. Dieses Lösegeld wurde angenommen. Mit diesem Sieg ehren wir den Kaiser. Für das Reich. Für das Reich. Das sind natürlich 5000 Gulden, die schmecken. Sehr gut. Ja, die schmecken großartig. Die schmecken richtig gut. Wunderbar. Seid gegrüßt, Kaiser. Bin unterwegs. Ja, ihr erfüllt hier weiter eure Aufgaben, denke ich. Im Auge des Reichs. Ja, diese Rebellenarmee natürlich dort oben ist selbstverständlich wieder mal ein Dorn im Auge. Was ist das? Ja, sehr schön. Unsere Schlachten lassen Gottes Gerechtigkeit walten. Ah, das bezweifle ich. Ähm, Minus, ja. Ja, 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 ja. Ja, mein Kaiser. Hm. Genug der Worte. Zieht euer Schwert. Ja, ich bin doch gerade dabei. Hetzt mich nicht. Für das Reich. Ach, diese Auseinandersetzung hier oben können wir auch nicht weiter vorantreiben. Das ist auch bedauerlich. Gebaut wird nichts. Na, dann bau dir einen extra Zierplatz. Also, Helsinki muss ja auf... Hier muss auch gebaut werden. Was ist denn da los? Da... Sind... Also, gefährliche Punkte. Die müssen ja verteidigt werden. Ah, hier hinten. Kaffa gehört anscheinend auch noch. Ja, Byzanz ist ganz komisch aufgesplittet. Fast, wie unser Reich, bloß natürlich nicht so gut organisiert. Also, wir haben hier Bukarest. Bukarest gefällt mir sehr gut. Drei, sechs. Drei, sechs. Ja, mehr Einheiten brauchen wir nicht. Mehr Einheiten brauchen wir dort nicht. Ja, hier würde ich natürlich gerne noch weitere Einheiten. 920. Die Reiter haben ein bisschen an Kosten verloren. Sei doch so gut. Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, Kaiser! Und schickt zwei dieser Einheiten gehen rein. So. Hier brauche ich definitiv ein paar Nahkämpfer. Wir haben sehr viele Armbrustschützen. Ja, wobei wir haben wenig Kavallerie. Hm, tausend Ritter. Äh, tausend Gulden. Schickt uns jetzt erstmal die abgesessenen Reichsredakte. Natürlich müssen wir unsere Offensive gegen Byzanz weiter durchziehen, das ist klar. Ich bin bloß gerade überfragt, wie. Höchst du, Kaiser? Nein,heusend quarters. So würde ich vorgehen. Wir müssen hier nicht die stärksten Kavalleristen holen. Und auch die Steuern ein wenig senken. Genau, hier können wir momentan nichts machen. Wir können jetzt nur noch unsere Gulden vernünftig einsetzen. Ja, wir könnten Hauptmann Wilmos attackieren. Um hier oben für etwas Ruhe zu sagen. Das könnten wir machen. Hier wird überall fleißig gebaut. Hier können wir nichts mehr machen. Es wird auch überall ausgebildet. Also hier sind uns die Hände definitiv gebundene. Hier auch. Ja, Ayaccio und Cagliari. Warum bauen wir in Bukarest nicht? Zumindest etwas Einfaches wie den Büchsenmacher sollten wir in Bukarest doch gebaut haben. Durazzo wird ausgebaut. Ja, Ragusa sollte eigentlich auch ausgebaut. Oh, Pflasterstraßen. Ganz wichtig, ja. Sehr wichtig für den Anschluss. Rom wird gerade ausgebaut. Wie ist die Lage in Neapel? Was könnten wir dort? Ballistentürme. Ich weiß ja nicht. Ballistentürme. Wirklich dafür so viel investieren. Oh, ein Just-Register sollte hier eigentlich Standard sein, ja. Ja, Brügge muss sich verteidigen können. Wir haben ein gutes Bevölkerungswachstum. Ähm, ja, hier. Ja, dann baut in Nürnberg. Damit Nürnberg zufrieden ist. Ich möchte, ich möchte den, ich möchte auf jeden Fall auch den deutschen Städten zeigen, dass wir sie nicht vergessen. Bei all dem Krieg, den wir führen, in den wir reingezogen werden, selbstverständlich von wegen führen. Wir werden ja reingezogen und verteidigen uns letztlich nur. Deswegen ist das, ist das alles, ja, das ist sehr wichtig, dass wir so vorgehen. Just-Register sind natürlich auch sehr wichtig. Da müssen wir weiter, weiter voranschreiten. Aber momentan liegt, muss ich zugeben, mein Hauptaugenmerkmal wieder auf Nordafrika und den nordafrikanischen Gebieten. Sobald wir diese Insel eingenommen haben, ja, dann fehlt als Insel eigentlich nur noch das hier. Aber es gehört nicht Venedig, weil Venedig ist bereits vernichtet. Oh, wir werden wieder angesehen. Interessant. Sehr lustig. Ja, genau. Hier gibt es noch einige Inseln, hier noch Rodos. Also hier eins, zwei Inseln, die nicht uns gehören. Und natürlich dann England, Schottland, Irland. Ja, und das wird der spannendste Bereich. Das wird der größte Kampf. Aber ich würde behaupten, wenn wir den Rest der Welt erobern, können wir es mit den Mongolen letztlich auch aufnehmen. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Ich freue mich sehr darauf. Euer Kaiser Odin der Erste.